So, meine Damen und Herren, willkommen zu Battlefield 4 mit Kamera und Aufnahme und hier läuft ein Typ rum, in dem ich mir nicht sicher bin, ob er weiß, was er tut. Ich hoffe es mal. Ich decke ihm mal den Rücken. Ich weiß nicht, ich glaube er geht dahin, wo die Action ist. Hat sie ihn gekillt? Nein, er hat jemand gekillt. Da fuck? Und genau im richtigen Moment hat es geruckelt. Battlefield. Ach ja, Ragefield, wie habe ich dich vermisst. Ach, wie ich Battlefield hasse. Ich habe den Typ getroffen, ich war auf ihn drauf, ich habe den Schuss gehört und er ist nicht tot. Vier. Ich verstehe kaum irgendwas bei den ganzen Gefechten hier. Weil, äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja gut, so viel besser war es ja auch nicht. Oh Gott, das war aber richtig schlecht von mir. Oh, ich habe einen feindlichen Soldaten gesehen. Oh, die bewegen sich so schnell. Oh, Ruckel. Was war das? Fünf? Ja. Okay, die haben das. Haben wahrscheinlich noch nicht alles entschärft oder so. Oder? Mal doch. Sieht so aus. Die haben da geballert. Puh. Da habe ich diesen Rooftop-Camper endlich mal erwischt. Achtung, ich habe gerade ein Fahrzeug, es ist nicht over. Shit. Ich bin nicht zu anders gegangen. Kommt runter, lande an! Wir haben Einsatzstil Alte-Tümer. Einsatzstil Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle. Hä? Okay. Hat er mich wohl irgendwie gesehen? Es gibt wohl sehr viele Leute, die auf dieser Höhe da rumlatschen. Ähm. Ich nehme mal an, wenn hier tote Klima jetzt liegen. Einsatzstil Bravo! Wurde erover! Okay, das mit dem Hüpfen soll sich mir abgewöhnen. Was? Ich muss von dem da oben erledigt? You want, huh? Slot, Stickrate, what? Sieht man ja gar nix. Ja! Warum nicht? Klar! Ja! Gani Munissioni? Hört sich nach Italienisch an. Ähm. Ja. Oh, ist das ein Geruckel! Alter! Okay. Spielen wir jetzt unfair. Zumindest unfair für die. Nicht die Ska. AEK. Ja. Ja. Natürlich! Warte dann mit der 50-Kerl. Mann, ey, die Fußschritte echt gut, ey. Ist aber auch so ein... Auch so ein scheiß Camper, ne? Da oben ist echt Camperland, ne? Ich höre sie da oben. Will ich es rummachen. Okay, das sind jetzt meine Teammates. Ja, sorry, da bin ich besser. Shit. Weiß nicht, ob er da den Typ als Bait genommen hat. Ah, okay. Einfach das Pillaring. Also das, äh... Das um die Ecke gucken macht der richtig. Aber ansonsten nichts. Okay, das war ein bisschen gewaltsam. Vollidiot. Ja! Kann sich die Kamera nicht entscheiden, wo der war? Mille, Malle. Das war das Gefühl, ich bin hier auf einem Italiener-Server. Geh mal einfach mal hoch, ne? Dieser Scheiß-Typ. Dieser Scheiß-Typ. Dieser Korlack. Wo ist der? Wo bist du? Hm. So gut ist der gar nicht. Da höre ich den Ding. Der weiß ganz genau, dass wir da kommen. Das war so klar, dass der da wartet. Das war ein Müll aber auch. Dieses Scheiß-MLV muss weg. Gut. C ist der. Ja. Du kannst so viel C schreiben, wie du willst. Gegen so einen Camper, da hast du nichts. Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm! Wir haben Einsatzziel, Charlie, verloren. Wir haben uns jetzt unter unserer Kontrolle. Hier ist ein Ding. Ah, wie viele Kugeln muss ich denn noch in die reinhalten, damit sie sterben? One Meditation, do get server, what? Geht hier die Brust ab, dann gehen wir uns auch mal da dann. Oh shit, jetzt hat er mich. Hier kommt das Medikit Kumpel. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Alter! Was machen die denn? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Kreuzfeuer. Machst du nix. Puh. Aber was die da für ein paar Kuh zusammenrennen. Das ist schon krass. Oh, da hinten war ein Sniper. Ich hab das Gefühl, hier geht gleich die Post ab. Warum spawnt man denn hier? Wollte ich schon wieder Kuh drücken. Um zur Secondary zu wechseln, um schneller zu laufen. Ich könnte wetten, dass da gleich einer drin hängt, ne? Ich bin Sani. Brauchst du Hilfe? Ja, warum heißt der Sniper? Hat er so langsam angefangen zu rennen? Ne? Shit. Laufklärer mit einer AK? Ah, der war wohl aufgehoben, jetzt ist er auf D. Klar, ne? Was für ein Camper, da kann ich nur zustimmen. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Alpha verloren. Da ist er zumindest mal nicht. Ist dann wieder hinten in der Ecke. Scheiß Defensive Perk. Hab ich ihn grad erwischt? Nix ist. Der tanzt natürlich rum wie... ...Rapunzel. ...Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzteam Echo verloren. Hallo? Klar. Pfff, tot. Alter. Oh, will er erst so einer sein, der... ...nichts anderes macht als zocken. So krass gut muss man erstmal sein. Ja, da kann ich vielleicht hier ein bisschen was reißen. Und in welche Richtung? Die. Hier soll ich wohl nicht drüber. Ja. Ihr seid nicht drüber. Achtung! Was für das? Oh nein. Nein, das Ziel Delta wurde neutralisiert. Hier, deine Google-Macht. Tsch... Achtung! Die fressen einfach mehr Kugeln. Okay. Brauche ich wohl etwas mit ein bisschen mehr Schusskadenz, ne? Joa. Blüht mir ja nichts anderes übrig, ne? Lass ich auf diesen Zwischen... ...wenn die sich so auf Schusskadenz spezialisieren. Dann bleibt mir ja da auch nichts anderes übrig. Hier ist deine erste Hilfe. Ja. Ja, warum auch immer. Warum der da jetzt auch immer. So, dass jetzt das Ding kommt, als wie es aussieht. Äh, ja. Schlechtem geht es ja am besten. Hallo, ich möchte da drüber. Okay, Alpha haben sie. Danke, ich werde sie bei Gelegenheit revendieren. Einsatzstil Echo ist verloren. Granate. Hier kommt die Granaten-Fastnahme. Ich bin durch eine feindliche Claymore gelaufen, die ist nicht explodiert. Irgendwas ist hier wrong. Äh, wrong. Läuft ja überhaupt irgendwas mal? Ja, natürlich. Ich habe keinen wieder getroffen. Die Jungs sind immer auf diesen Zwischenteilen da unterwegs. Und das macht sich so unglaublich stark. Okay, das ist wieder das, wo man nichts rüber kann. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzstil Delta übernommen. Okay, keine Ahnung, wo ich da schon dagegen gelaufen bin. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich bin. Ich vermute mal, dass ich hier hoch kann. Und dass ich dann da hoch kann. Jetzt bin ich wieder unten. Das ist eigentlich das nicht. Natürlich, zwei Gegner nebeneinander. Und ich kann mich nicht entscheiden, auf wen ich schießen soll. Dammit. Das sollte so nicht passieren. Das ist deine erste Hilfe. Wir haben Einsatzstil Echo Follower. Poolfeuer. Oh, shit. Ich habe es gewusst. Er hat einfach nur gewartet. Ich sollte in solche Sachen einfach nicht mehr reinlaufen. Die erste Hilfe ist unter dir. Welches Squad Leader oder was? Da ist der BD-Kick! Shit! Alter, der hat sogar eine FAMAS! Okay, kann ich auch. FAMAS ist lustig. Ba, 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 ei, wo haben wir sie denn? FAMAS, FAMAS, FAMAS. Hä? Hm. Kannst du aber sehen. Die bewegen sich da. Da ist da die Party. Hier ist kaum einer. Da denke ich mal, dass demnächst hier einer vorbeikommt. Einsatz zu Charlie wurde mortalisiert. Hier habe ich doch eben so Stress gehabt. Bin ich Chinese? Nein. Das heißt, wenn ich etwas Chinesisches höre, dann ist hier scheiße los. Hilfe! Hilfe! Wir haben ein Palette! Weg weiter! Weg Wood M Ω Lass uns dann vielleicht auch oben unterwegs. Weg 4 Weg 8 Weg 8 Weg 4 Weg 5 Weg 9 Weg 9 Weg 6 Weg 9 Weg 9 Weg 10 Shit. Mit einer Waffe, die langsamer schießt als ich? Als meine? Finde ich einfach nur schlecht geworden, oder? Ja, du kannst jetzt mal aufhören zu schreiben, was ein Camper. Ja, hier ist das Mediket. Einsatzziel Delta wurde zu Ihnen neutralisiert. Hilfe, Einsatzziel Delta ist jetzt unter unserer Kontrolle. Ja, ja. Da sahen die die Kills ab ohne Ende. Geht als erstes die Party ab. Einsatzziel Delta wurde gerade neutralisiert. Achtung, Einsatzziel Delta wurde eröffnet. Da her! Ah, aus dem Nichts, aus dem Grauen Nichts. Aus dem Grauen Nichts. Mit Unterlauf. Kanadwerfer. Herhören, Einsatzziel Echo wurde neutralisiert. Boah. Total verwirrend mit dem ganzen Geläge hier. Ja, klar. Nicht mal geblendet habe ich ihn, oder so. Sieht so aus, als ob wir rennen, sterben, rennen, sterben, rennen, sterben. Wow. Die warten doch nur bis wir hier hochgehen. Hat er dem erzählt, ja, da oben ist einer, schieß mal dahin, und bumm, bin ich tot. Puh. Scheiß Teamplayer. Diese Schatten-Effekt, die sind unglaublich nervig. Ja, ich baller 20 Googeln in dich rein, du hast irgendeine Noob-Waffe. Pff, tot. Nicht mal einen Headshot hat er gemacht. Bitte aufstellen wieder, oder so. Äh. Warum sind ja vor allen Dingen alle immer nur unten unterwegs, während sich die Gegner oben befinden. Äh. Wenn hier... Ich bin einfach nur, bis das sich mal zeigt. Okay, das sind meine Jungs. Na gut, ich sollte nichts kriegen. Bei der aktuellen Position ist ein feindlicher Soldat. Einsatzstiel Alpha ist jetzt unter unserer Kontrolle. Ja, wir haben hier einen feindlichen Soldaten. Wir haben gerade Einsatzstiel Delta verloren. Ich hab deine erste Hilfe. Was für jemanden macht. Was für jemanden macht. Ich hab verwandt an der Flucht vor. Achtung, Einsatzstiel Ecker und Brutobrand ravigiert. Scheiße, eine Sekunde. Ja. Da ist dein Medikid. Los, leg es auf. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Ja. Wir haben die Kontrolle über Einsatzstiel Echo verloren. Hier ist dein Medikid, Mann. Damit ich wieder auf volle Heilung bin. Sorry, wenn ich jetzt allzu still bin, aber... Wir haben nachgeladen. Einfach mal rüber. So grob, tot. Kein Ding. Problemlos. Von 100 auf 0. Okay. Rot finden. Puppi ist jetzt auch mal aus. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziele. Wir haben die Kontrolle über Nebel, die wir weg haben. Wir haben den Kontrolle über Nebel. ich meine da jetzt direkt vor uns okay okay Maschine aus der Hüfte einen platt gemacht hier ist dein Medi-Kill nice wir haben gerade Einsatzziel Bravo neutralisiert hier kommt das Medi-Kill Kumpel du hast dich verraten mein Freund über Einsatzziel Delta Übergang Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert hol dir das Medi-Kill da habe ich mal scheiße Schwein gehabt da ist deine erste Hilfe hol sie dir das ist schon brutal was man da mit dem in der Schrotze alles erledigen kann hier das Medi-Kill festlich deiner Position scheinen feindlicher Soldat zu sein fuck die Hände wo ist der hin okay hat sie doch nicht so gestreut wie ich gedacht habe die Schrotflinte Kojak Kojak okay vielleicht Polo oder so oder Kroate was weiß ich hier hier ist das Medi-Kill wir haben Einsatzziel Delta erobert mal also kommen sie jetzt doch da oben irgendwie runter oder so lasst mich in Ruhe die erste Hilfe ist unter dir flakieren wir sie okay der hat mich durch den Laster erscheint gut in real life geht das aber ich habe gedacht der Laster ist irgendwie so kugelsicher oder so irgendwas in der Art immer noch laggy wie Sau liegt vielleicht in meinem PC aber ich habe momentan nicht das Geld mir einen neuen zu holen Spendenaufruf Hä? Spendenaufruf einfach nur damit ich einen neuen PC habe damit es nicht mehr laggt könnte ich machen aber meine Reichweite ist nicht groß genug ja in der Headshot Metal da 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 extra Punkte Bonus Punkte Triple Punkte 31 33 fast grad egal danke fürs zuschauen bis zum nächsten Mal Operation Dark Side Out Friends 5 4 K 5 5 6 6 6